Ein Löwe lag friedlich schlafend unter einem Baum. Plötzlich lief eine Maus über ihn. Er erwachte davon und ergriff sie mit seinen gewaltigen Tatsen. Die Maus flehte, Zeil mir, ich wollte dich nicht stören. Bitte lass mich laufen. Wenn du mir das Leben schenkst, werde ich mich dankbar erweisen. Da der Löwe noch satt war von seiner letzten Mahlzeit und einfach nur seine Ruhe haben wollte, ließ er sie frei. Kurze Zeit darauf tappte der Löwe in eine Netzfalle und verfing sich so sehr in den Maschen, dass er nicht mehr weg konnte. Resigniert lag er da und jammerte vor sich hin. Oh Hilfe, bitte hilfst mir doch. Das hörte die Maus und kam angelaufen. Ich helfe dir, sagte sie und zernagte so lange die Knoten des Netzes, bis der Löwe sich befreien konnte. Danke, danke, liebe Maus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.